Also, wenn man sich darauf einlässt, zu erkunden und so, dann und Ressourcen abzubauen und jetzt mit diesem Bauen, was das Ganze nochmal ein bisschen aufwertet, ist ein tolles Spiel, macht Spaß. Also ich könnte mich damit jetzt, wie gesagt, stundenlang mit befassen. Ihr seht ja, wir sind jetzt schon, ich glaube, locker zwei Stunden schon dabei. Und mir vergeht immer noch nicht die Lust. Nicht so wie bei Last Guardian, wenn ein Vieh nicht das macht, was man will. Ihr wisst genau, woran ich spreche. So, was haben wir denn da Schönes? Das schauen wir eben. Ja, Spondonium. Spondonium. Ähm, ich glaube nicht, dass wir hier fündig werden. Was sind das denn für Höhlen da? Mal gucken. Ja, genau. Ein Grand Canyon mit Wasser. Super. Die Frage ist, was finden wir hier? Da unten ist nochmal Tamium. Da auch Tamium, Tamium. Also Tamium können wir uns echt hier also totschmeißen. Also das gibt es hier. Okay, wisst ihr was? Wir fliegen mal zum anderen Planeten. Ich komme auch gleich. Huch. Aber ich glaube nicht, dass wir die, äh, die Ressourcen hier finden, die wir brauchen für unsere Landwirtschaft. Das ist natürlich geil, dass man da selber anpflanzt. Huch. Jetzt werde ich schon beider wieder da reingerannt. Äh, dass man für die Landwirtschaft da, die man betreiben kann, dass da die Pflanzen dann wachsen und so. Das ist schon geil. Mich würde halt interessieren, wie viel man da rausbekommt. Weil wir brauchen da, ähm, 100 von, was war das? 100 von, wie hieß das immer? Atrium und 100, glaube ich, von, war das Kohlenstoff? Irgendwas Standardmäßiger war da gewesen. Aber das werden wir ja sehen. Weil es muss sich ja lohnen. Das kann ja nicht sein, dass wir zum Beispiel, keine Ahnung, 100 Kohlenstoff brauchen und kriegen nur 20 raus oder so. Das können wir mir gar nicht vorstellen. So, unser Schiff. Aua. Ich gehe jetzt ins Bett. Gute Nacht und viel Spaß noch. Bis morgen. Ja, mach's gut. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Dasein. Ich trinke nochmal einen Schluck von meiner Schorle. So. Da ist unser Schiff. Oh, was freu ich mich noch mal. So. Dann fliegen wir mal ins All. So, was haben wir da? Hierinium, Kupfer, Aluminium. Nicht das, was wir brauchen. Äh, hallo? Ähm. Warte mal. Moment, halt, stopp. Halt, stopp. Hallo, halt, stopp. Halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp. Temerium. Temerium? Warte mal. Was ist denn bitte? Temerium? 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 Äh, was hat das? Temerium? Temerium? Maluminium? Kupfer? Hier muss noch ein anderer Planet hinter sein. Warte mal. Ich fliege mal weiter raus. Da ist noch einer. Iridium, Emeril und Iridium. Toll. Was hat hier unser Planet eigentlich? Wirbelwürfel, Spadodium. Okay. Es sieht so aus, als würden wir in unserer Galaxis hier gar nicht das bekommen, was wir brauchen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich irgendwo hinfliegen müssen. Wäre aber jetzt auch nicht so schlimm. Wo ist der andere Planet? Ist es der? Ach, guck mal an. Haben wir noch gar nicht gescannt. Toll. Wo ist... Das war der, ne? Fabrik, Sendeturm, Handelsbüsten. Komm, fliegen wir mal hin. Interessiert mich mal, was da ist. So. Kann ja sein, dass wir da vielleicht doch fündig werden. Man weiß es ja nicht. Das ist ja immer nur so eine kleine Auswahl an Sachen, die es da gibt. Also meine ich zumindest. Warte mal. Moment. Sollen wir eben hier was zu trinken nachschenken? Schon dabei bin. So. So. Müssen wir denn da eigentlich schon mal eine Station? Das ist schon mal super. Da können wir mal landen. Land in Sequence wird eingeleitet. Gaswolkenfall? Viel normal. Okay. Weil ich gerade hier dieses Absturzdingen sehe. Jeder andere Hins und Kunst, der No Man's Sky gespielt hat, hat wahrscheinlich mehr Absturzstellen gefunden wie ich. Weil es gibt ja angeblich auch... Es gibt ja angeblich auch... Ähm... Ja, es soll ja wohl angeblich auch Absturzstellen mit Schiffen geben, wo man neue Sachen findet, auch wie Atlas Pass und so. Ich habe nicht eine gefunden. Nicht eine bisher. Nicht eine andere Absturzstelle. Ich habe keine Ahnung, warum. Fragt mich nicht. So. Eins, zwei, sechs, vierundzwanzig. Hundertzwanzig. Ähm... Zwei. Oh, nee, warte mal. Ähm... Nee. Ja. Mal kurz Köpfchen nachdenken. Atomexplosion. Was? Unentdeckt Sumpf. Schön. Äh... Was habe ich... Was habe ich jetzt überall für... 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 Bildchen da oben am Bildschirmrand? Was ist denn das alles? Was ist denn da? Abgestürztes Schiff. Das Spiel will mich auch verarschen, oder? Das Spiel will mich auch verarschen, oder? Will mich auch trollen. Trollololo. Habe ich... Ich schwöre, habe ich noch nie eins gefunden. Noch nie ein abgestürztes Schiff. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Jetzt seht sie mir direkt in den Schiff und fliegt dahin. Wie weit ist denn das weg? Ach ja, eine halbe Stunde. Die Zeit haben wir ja. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie in dem Spiel nicht eine Abschiedsstelle gefunden. Warum auch immer. Ähm... Ich habe keinen Plan, warum. Naja. So, Freunde. Folge 299 heute der Let's Play Live Show. Schön, dass ihr alle da seid. Mein Gott, 16 Zuschauer ist ja der Wahnsinn. Ja, morgen feiern wir großes Jubiläum hier. Die 300. Folge. Wahnsinn, wir kennen uns schon. Fast drei Jahre. Am 7.2. Ging's los. 2014. Wahnsinn. Ist schon faszinierend, dass man so einige echt schon... Jetzt schon so drei Jahre kennt. Einige auch privat. Einige eher weniger. Einige vielleicht nur im Chat oder so. Ne? Morgen 300. Folge Hype. Yeah. Ipe, Ipe. Wup, 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 wup. Ich finde noch mal so eine Sirene oder so. Oder ich höre mir für morgen so eine... Ähm, so eine Silvester-Tröte so. So. Zehn Minuten sind lange, ne? Ich meine, wir können auch hinlaufen. Dann dauern wir doppelt so lange. Wahrscheinlich. Aber wir haben eine Absturzstände. Und schon wieder lenkt mich das Spiel ab. Ich mag Spiele, die mich von dem Hauptquest oder von der Hauptziel, was ich eigentlich vorhatte, ablenken. Und ich mag solche Spiele, die mich wirklich ablenken. Und das ist No Man's Sky auch. Und deswegen gefällt mir das so gut. Weil eigentlich wollten wir ja was sammeln gehen. Für unser... Für unseren Farmer. Aber... Naja. Schon sind wir wieder woanders hin unterwegs. Was dauern wir jetzt echt zueinander? Warte mal eben. Na jetzt bin ich ja mal gespannt, was wir da finden. Da sollen ja immer so tolle Sachen sein, die man findet. Also laut einigen YouTubern, was ich so gesehen habe, soll man da Sachen finden, die man echt gut gebrauchen kann. Das Wort in Gottes Ohr von denjenigen, die das gesagt haben. Ich bin sehr gespannt. Eine Absturzstelle! Man mag es gar nicht glauben. Erstmal, kann ich hier speichern? Nein, interagieren. Ja, ich kann Licht ausmachen. Super. Ganz toll. Erstmal gucken, Frachtabwurf. Ein Schildsplitter. Elektrodampf. Aha, schon wieder ein Würfelchen. Da haben wir ein bisschen Plutonium drin. Nochmal Plutonium. Hier haben wir nichts. Hier ist... ...eine beschädigte Maschine. Und wir kriegen ein Plasma-Kühlmittel Sigma. Toll. So, hier ist das Schiff. Was haben wir hier? Warbreaktor Sigma. Stahlenaufbau Sigma. Plasma-Kühlmittel Tau. Kann ich die... Die kann ich ja gar nicht mitnehmen, ne? Hyperantrieb. Toll. Da findet man einmal so ein Schiff oder so. Und was ist? Nichts drin. Na, klasse. Was ist das hier? Kann ich hier... Ah, kann ich. Rotrufsignal. Hm, ich kletter ins Frachtschiff und finde seine Blackbox. Sobald ich sie berühre, erscheint ein holographisches Bild. Das repletieren wir in Panik. Vielleicht ist das eine Nachricht für seinen Vorgesetzten oder für eine geliebte Person. Es bleibt unklar, da die Wiedergabe gequält ruhig ist. Mit seinen letzten Atemzügen scheint der Händler auf neu installierte Schiffstechnologie zu deuten, bevor er verzweifelt auf die Knie sinkt. Neue... Nach... Was? Nach Fracht suchen? Die neue installierte Schiffstechnologie inspizieren. Machen wir mal. Toll. Stahlenaufprall-Teder. Super. Ich würde gerne den Antrieb Tau haben. Mann. Habe ich immer noch nicht gefunden. Hat sich jetzt super mega gelohnt, finde ich. Diese Abschutzstelle hier zu untersuchen. Oh, Zink. Warte mal. Ich weiß, dass Zink rar ist. Deswegen nehme ich das mal mit. So. Guck mal. Sieht aus wie ein... Ja, wir haben schon 22 Uhr. Sieht aus wie ein Penis, ne? Ein Penis gesagt. Einfach so. So, warte mal. Ah, bist du süß? Hallo. Ah, kleiner Mann. Okay, ich glaube, es sieht aus wie es da geht. So. Was haben wir denn hier schönes? Was ist das denn hier? Lila, lila, lila. Da brauchen wir mal den Schutzhandschuh. Okay. Für solche Sachen. Ähm. Nein. Hör auf damit. Bau das ab. Wie geht's? Nein. Ernsthaft? Wie gibt's Atrium? Die, die Pilze sind das. Die Pilze, die Pilze, oder? Sind das die Pilze? Nee. Das leuchtet hier also gelb. Aber was ist hier Atrium? Was? Hier. Ich werde verklopfen. Okay. Also nach gelb leuchtenden Flecken suchen. Wie geil. In dem einen Gebiet war es rot gewesen. Das ist ja geil. Hier leuchtet nichts mehr. Okay. Meistens ist das in den Höhlen zu finden. Vielleicht sollten wir mal... Okay. Da gehen sie weiter. Vielleicht sollten wir mal gucken, ob wir noch eine Höhle finden. Das ist ja cool. Dann machen wir eine Höhleninspektion. Inspektion sagt man bei der Werkstatt. Flex. Äh. Eine Höhlen-Tour machen wir jetzt einfach mal. Und gucken mal, ob wir fündig werden. Da hinten ist ein Tamium. Hier sind Emerin-Löcher. Okay. Okay. Okay, da will ich jetzt nicht unbedingt rein. Da ist aber Plutonium. Hier ist Tamium. Das nehme ich mit. Und ich halte die Augen offen nach... ...einer Höhle. Weil dann sind wir auch so ein bisschen geschützt vor diesem toxischen Regen. Überleg mal, du baust dir... Überleg mal, du baust dir hier so eine Basis oder so. Warum musst du die ganze Zeit mit dem Regen kämpfen? Das sind fürchterlich. Gibt's hier keine Kackhöhle? Muss ich morgens auch mal auf, nach dem Aufstehen. Äh. Okay. Ich hab gedacht, hier ist vielleicht eine Höhle. Aber... ...in dem war anscheinend nicht so. Weißt du, wenn du mal eine braust... ...da ist keine da. Wenn du keine brauchst, dann... ...hast du überall eine. Guck mal an, hier ist eine, glaube ich, ne? Kann das sein? Hier leuchtet aber nichts gelb. Warte. Da leuchtet was gelb. Hab ich gerade schon gesehen. Ja, ich weiß. Da haben wir nochmal. Da können wir ein bisschen was sammeln gehen davon, wenn wir schon einmal hier sind. Weil wir brauchen ja jede Menge davon. Ach, guck mal eine an. Wo haben wir es denn? Da, ne? Da haben wir es auch. Schau mal, geht's in der Höhle weiter? Giftschutz stabilisiert sich. Mal eben gucken. Nur mal gucken. War ja klar, dass jetzt die Waffenladung aufgebraucht ist. Da ist eine Höhle. Ich seh's doch nicht. Oder... Oder auch nicht. So, dann haben wir das auch schon mal hier sammelt. Aber die Höhlen sind hier echt rar auf dem Planeten. Ich hab gedacht, hier gibt's mehr. Aber wir sind ja eigentlich nur auf der Suche nach einer einzigen Pflanze, die wir brauchen. Nach Antrium. Die Wächter folgen uns auch schon. Die sollten mal verschwinden hier. So. Freunde der gepflegten Tanzmusik und des Breitensports. Es wird Zeit, dass wir... Die Ressource finden. Oder zumindest noch mehr davon. Ich hab aber so ein bisschen Angst, dass wir vielleicht zu weit weg von unserem Schiff laufen. Das wäre ja nicht so... Das wäre ja nicht so gut. Weil wir müssen den ganzen Weg ja zurücklatschen. Ich werde gleich auf dem Weg nochmal ein bisschen... Ähm... ...Kohlenstoff mitnehmen hier von den Pilzen. Weil wir schon dabei sind. Unsere Waffe. Da oben sehe ich was leuchten. Ich sehe was leuchten. Ich sehe was, was du nie siehst. Und das ist... Äh... Wo haben wir es? Ah, hier. Stehe direkt vor. Antrium. Ich habe Angst, hier runterzufallen. Da ist nochmal Antrium. Hier leuchtet es auch. Das heißt, hier muss auch irgendwo Antrium sein. Da. Ein Massenfall. Aber ich bin schon fasziniert, dass es von Planet zu Planet unterschiedlich ist. Wie die... Wie die... Wie die... Äh... Aussehen von den Farben her auch. Ist schon... Boah, Alter. Wenn ich jetzt ein Let's Play machen würde für YouTube oder so, ne? Die nächsten 500 Folgen, ne? Bauen wir Emeril ab. Dann... Dann weißt du schon mal Bescheid, was dich da erwartet. So, ich nehme nochmal eben Kohlenstoff mit und kann währenddessen schon mal aufladen unsere Waffe. Weil die wird gleich eh leer sein. So. Äh... Hier wollte ich hin. Da ist er, aber wir sind dran. Antrium. Da, nehm ich mal mit. Da auch. Aber, hör auf da mit. So, da ist nochmal eine Höhle. Hier sind zwei Antrium-Stände, nenne ich die mal. Die Sachen, nehm ich mal mit. Wir werden gescannt. Nicht wir, sondern die Pflanze wird gesucht und gesenkt. Das war ich nicht. Das war ich nicht. Ich bin unschuldig. Jetzt hör mich auf zu scannen. Und hau ab. Hau ab. Der soll ab. Der soll abhauen, Mann. Der soll abhauen. Ich will in die Höhle rein. Wo war das? Hier, ne? So. Kommt der in die Höhle? Ach, der kommt ja auch rein, ne? Okay. Alter. Boah, wie geil das aussieht. So. Wo haben wir es? Da haben wir noch ein paar Sachen. Ich guck nochmal hinten, ob wir hier, da ist nochmal was. Wir kriegen jetzt immer viel dadurch, aber ein bisschen. Zumindest. Oh, krass. Zumindest, ähm. Hat ich hier irgendwie mal eine Taschenlampe gehabt oder so? Ich dachte, ich hätte eine. Ähm. Boah, wie geil. Boah, wenn hier noch Monster warten würden, ne? Oder so. Oh Gott. Ich hoffe, das füben wir auch noch irgendwie ein. So, so. Viecher, die dich angreifen. Das wäre auch noch geil. Oder irgendwie so Pflanzen oder so. Die so. Keine Ahnung. So fleischfressende Pflanzen. Wo du aufpassen musst. Gibt ja nur diese, diese. Ich nenne sie mal. Diese, diese Möchtegern-Fleisch-Peitschen. Die, äh. Die gibt's hier auch. So, warte mal. Da ist. Noch ein bisschen was. Hier ist auch noch ein bisschen was. Wir brauchen das ja alles. Ich nehme das alles mal mit. So, warte mal da. Dann. Wo geht's weiter? Hier. Ich glaube, wir haben ja echt einen guten Vorrat auf dem Planeten. Dann hier auch noch was. Das Schöne ist gut, dass es beleuchtet ist. Dass wir immer wissen, wo welche Sachen sind. Weil dann brauchen wir quasi eigentlich nicht lange suchen. Und haben sofort alles im Blick. So, hier ist doch bestimmt. Ah, guck mal an hier. Ja, das ist ein bisschen wie so eine Biene Maya, ne? Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Maya. Was war da nochmal mit Dingen? Ah ja, ich heiße Marvin. Ich heiße Marvin. Kennt das einer von euch? Dieses, ich heiße Marvin? Das ist so bescheuert. Ich frage mich sowieso wie einige Leute bei YouTube-Videos. Es gibt ja auch dieses, diese lustigen Strichmännchen-Videos, die ich ja auch total feiere. Dieses ASDF-Movie. Wie, wie kommt man bitte auf solche hirnlosen, scheißgeilen Sachen? Ich frage mich sowas. Wo man sich total kaputt lacht. Über so Kurz-Sketche. Ich frage mich wirklich, wie kommt man auf solche tollen Ideen? So. Ähm, da. Warte, warte, warte. Ja, hab dich gesehen. So, dich nehmen wir auch noch mit. Ich fahre mir mal einfach alles ab, ne? Ich weiß, es ist jetzt nicht so spannend, aber wir brauchen es ja. Wir wissen ja wofür. Wir müssen ja unser, unser, unser Farmexperte wird sich ja freuen.